Ich grüße euch herzlich. Heute ein ganz kurzes Reel über den Godox GM55 zu meiner Linken. Das ist ein Field-Monitor. Er wird vor allem bei Videografen genutzt, um einfach zu sehen, ob beispielsweise der Fokus richtig sitzt, ob die Farben passen, Komposition, aber ihr könnt auch schon Latz draufladen. Das Ganze ist mit der Sony A7R5 hier zum Beispiel verbunden, mit einem HDMI-Kabel und wird mit einem Sony-Akku befeuert und fertig ist schon das Setup. Habt ihr schon mal sowas benutzt oder wollt ihr es mal nutzen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ciao! Bis zum nächsten Mal.